Georgius Gemistos, auch bekannt unter seinem ab 1439 verwendeten Pseudonym Pläton, war ein griechischer Philosoph in der Tradition des Platonismus. Leben über Gemistos Herkunft gibt es nur Vermutungen, darunter die Hypothese, sein Vater sei Demetrius Gemistos gewesen, der als Protonotar der Hagia Sophia und später Großsake Lerius ein hochrangiger Würdenträger war. Seine Jugend verbrachte er wohl vorwiegend in Konstantinopel. Zeitweilig hat er sich im Osmanischen Reich aufgehalten. In Adrianopel, wo sich damals der Hof des Osmanischen Sultans befand, soll sein Lehrer ein ansonsten unbekannter, angeblich aweroistischer jüdischer Gelehrter namens Elisar gewesen sein. Nach der Jahrhundertwende verließ er Konstantinopel auf Wunsch von Kaiser Manuel II., der ihn zwar schätzte, aber vom hohen Klerus gedrängt wurde. Den aus theologischer Sicht missliebigen Philosophen aus der Hauptstadt zu entfernen. Er übersiedelte nach Maistras, der wirtschaftlich und kulturell blühenden Hauptstadt des Despotats Morea, das einen großen Teil des zusammengeschrumpften byzantinischen Staates ausmachte. Diesen Wohnsitz behielt er für den Rest seines Lebens. Die in Mystra regierenden Despoten Theodori, Theodor II und Konstantin gehörten dem herrschenden Kaisergeschlecht der Palaiologen an. Gemistus war Ratgeber nicht nur der Despoten, sondern auch der letzten byzantinischen Kaiser, die ihn reich beschenkten. Außerdem war er als hochrangiger Richter tätig. 1427 erhielt er vom Despoten Theodor II. die Festung und das Gebiet von Fanarion als Pronoia, womit er eine bedeutende Einkommensquelle erlangte. 1433 hielt er die Grabrede auf Theodors italienische Gattin. Sehr umstritten war damals die Frage der Kirchenunion zwischen der katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche. Wegen der verzweifelten militärischen Lage des byzantinischen Reichs schien die Union politisch erforderlich. Unter theologischem Aspekt stieß sie aber auf erbitterten Widerstand. Gemistus nahm gegen das Projekt Stellung. 1438 bis 39 weilte er aber als prominentes Mitglied einer von Kaiser Johannes VIII. persönlich geleiteten byzantinischen Delegation in Italien und nahm am Konzil von Faara, Florenz, teil, wo die Union beschlossen wurde. Der Delegation gehörte auch Gemistus' Schüler Bessarion an, ein bedeutender Humanist, der später Kardinal wurde. Auf die italienischen Humanisten und Cosimo dei Medici machte Gemistus' Persönlichkeit, Bildung und Beretsamkeit starken Eindruck. Für Marsilio Ficino war er gleichsam ein zweiter Platon. Mit Cosimo bestanden allerdings Verständigungsschwierigkeiten, denn Gemistus verstand weder italienisch noch Latein. Zu Gemistus' italienischen Gesprächspartnern gehörte der bedeutende Kartograf Toscanelli, mit dem er geografische Fragen erörterte. 1453, ein Jahr nach Gemistus' Tod, wurde Konstantinopel von den Türken erobert. 1460 kapitulierte Mistra. Wenige Jahre später kam der im Dienst Venedigs stehende Condortiere Sigismando Malatesta auf einem Kriegszug nach Mistra, holte die Gebeine des Philosophen aus dem dortigen Grab und brachte sie 1466 nach Rimini, wo sich seither an einer äußeren Seitenwand des Tempio Malatestiano der Sarkophat des Gemistus befindet. Antichristliche Position Äußerlich war das Leben des Philosophen von der Endphase des Untergangs von Byzanz geprägt. Als Berater der Kaiser und Despoten nahm er an den Entwicklungen aktiv Anteil. Aber er fasste den Zusammenbruch des byzantinischen Reichs und den Sieg der Muslime anders auf als seine orthodoxen Mitbürger. Denn er war nicht wie sie im christlichen Glauben verwurzelt, sondern im Platonismus. Nach seiner Überzeugung war der christliche Staat ebenso wie auch der islamische eine historische Fehlentwicklung und dem Untergang geweiht. Und die Zukunft gehörte einem neuen, nicht mehr christlichen, sondern an die klassische Antike anknüpfenden griechischen Staat. Dieser künftige Staat sollte sich an platonischen, pythagoreischen und zoroastrischen Prinzipien orientieren. Ein im Sinne der Platoniker aufgefasster Antikapolitheismus mit Zeus als höchstem Gott sollte an die Stelle des Christentums treten. Dafür entwarf Gemistus eine detaillierte Liturgie. Er nahm an, dass die Götter untereinander völlige Harmonie waren, also nicht wie bei Hummer Konflikte austragen. Und dass sie sich freiwillig in ein hierarchisches System einordnen, das den Menschen zum Vorbild dient. Philosophisch betrachtete er die Götter anscheinend als Repräsentanten von ihnen jeweils zugeordneten Prinzipien, wie Einheit und Vielheit. Wie Platon, aber in scharfem Gegensatz zum Christentum hielt Gemistus das Weltall für anfangslos und unvergänglich und nur in einem übertragenen, nicht zeitlichen Sinn von Zeus geschaffen. Hinsichtlich der Seele vertrat er die platonische Seelenwanderungslehre. Er fasste aber das Dasein der Seele in der materiellen Welt nicht als Strafe oder Unglück auf, sondern bejahte es als notwendig, sinnvoll und unabhängerlich. Er nahm also kein für die Seele erreichbares Jenseits, keine Erlösungsperspektive an. Mit diesen außerordentlich kühnen, angesichts der damaligen Machtverhältnisse utopisch anmutenden Ideen erweist sich Gemistus als einzigartige Erscheinung unter den gebildeten seiner Zeit, den kirchlichen Lehren mehr oder weniger entfremdete, antiken Vorbildern nachhaifern der Humanisten gab es auch unter den lateinischsprachigen Gelehrten des Westens. Aber keiner hat so radikal wie Gemistus mit den kirchlichen Dogmen gebrochen. Zu seinen antikirchlichen Thesen gehört auch die Lehre vom ethischen Recht auf Suizid, die er nachdrücklich vertrat. Er ging von einer Urreligion der Menschheit aus, aus der nach seiner Ansicht durch Verfälschung der ursprünglichen Wahrheit die unterschiedlichen Religionen und Bekenntnisse seiner Zeit entstanden waren. Diese Haltung trug Gemistus die erbitterte Feindschaft des Klerus ein. Sein Hauptgegner war Gennadius II. Schullarius, der 1454 Patriarch von Konstantinopel wurde. Verfolgung wegen Heresi drohte Gemistus aber nicht. Offenbar waren seine kirchlichen Gegner wegen seines hohen Ansehens am Hof außerstande, gegen ihn einzuschreiten. Außerdem wurde sein radikal-antichristliches Spätverknormon Syngrafe erst nach seinem Tod bekannt. So konnte er in Mystra ungehindert arbeiten und seine Schüler unterrichten und erfreute sich bis zu seinem Tode hohen Ansehens. Die meisten seiner griechischen Schüler waren ebenso wie seine Bewunderer unter den westlichen Gelehrten gemäßigte Humanisten, die seine antichristlichen Thesen nicht übernahmen. Zu seinen Schülern zählten neben Bessarion der Metropolit von Ephesos Markus Eugnikos, der ein führender Gegner der Kirchenunion mit den Katholiken war, und der Geschichtsschreiber Launikos Chokokondylis. Verfassungstheorie Die Verfassungstheorie des Gemistos ist in seinem nur teilweise erhaltenen Hauptwerk Nomon Syngrafe dargestellt. Mit dem Titel knüpfte er an Platons Dialog Nomo I an, von dessen Gedankengut er sich anregen ließ. Auch in Denkschriften an die Kaiser Manuel II. und Johannes VIII. und den Despoten Theodor II. behandelte Gemistos diese Thematik. Sein Konzept wurde anscheinend später von Erasmus von Rotterdam und Thomas Morus studiert, wahrscheinlich beeinflusste es die Utopia des Morus. Zentrale Elemente sind Ein monarchisches System, wobei der Herrscher auf philosophische Ratgeber hören soll. Diese soll nicht besonders reich sein, da sie sonst ihrer Geldgier folgen, aber auch nicht arm, da sie sonst bestechlich sind. Einteilung des Volkes in drei Stände Keine Wehrpflicht der Steuerpflichtigen und Steuerfreiheit der Soldaten, reine Berufsarmee, Ablehnung des Söldnerwesens. Fester Steuersatz Ein Drittel des landwirtschaftlichen Ertrags Keine sonstigen Belastungen der Bauern durch Abgaben und Dienstleistungspflichten Das Mönchtum wird als parasitisch kritisiert, es darf nicht mit Steuergeldern gefördert werden. Abschaffung der Verstümmelungsstrafen Da sie den Bestraften bei der Ausführung nützlicher Tätigkeiten behindern, Betonung der Resozialisierung im Strafrecht. Aber ähnlich wie in Platons Nomo i Reichliche Anwendung der Todesstrafe Sozialbindung des Grundbesitzes, der mit der Verpflichtung zu landwirtschaftlicher Nutzung verbunden sein soll. Denn das Land ist gemeinsames Eigentum aller Einwohner. Vernachlässigt ein Grundbesitzer diese Pflicht, so darf jeder dort etwas anbauen. Der Ertrag gehört dann abzüglich der Steuern dem, der ihn erwirtschaftet hat. Mit dieser Forderung zielte Gemistus auf die riesigen, teils brachligenden kirchlichen Ländereien. Die Nomo i wurden später am Hof Sultan Mehmetz II. teilweise ins Arabische übersetzt. Aristoteles' Kritik 1439 verfasste Gemistus in Florenz die Abhandlung, worin Aristoteles nicht mit Platon übereinstimmt. Der gängige Titel lautet über die Unterschiede zwischen Aristoteles und Platon. In dieser Kampfschrift verteidigte er die Lehren Platons gegen die Kritik des Aristoteles. Das Werk wurde in Eile auf dem Krankenlager geschrieben, wobei Gemistus aus dem Gedächtnis zitierte, dabei unterliefen ihm mancherlei Fehler. Sein bleibendes Verdienst war es aber, die Aufmerksamkeit nachhaltig auf fundamentale Gegensätze zwischen aristotelischer und platonischer Philosophie gelenkt zu haben. Diese Gegensätze wurden damals wegen der harmonisierenden Tendenz vieler Humanisten zu wenig beachtet. Außerdem kritisierte Gemistus die arabischen Kommentatoren, vor allem I.B. in R.U.S.D., dem er Verfälschung der kommentierten Lehren vorwarf. Er behauptete, die antike Welt habe Platon stets über Aristoteles gestellt, erst durch den verhängnisvollen Einfluss des Savareus habe man begonnen, Aristoteles vorzuziehen. In der Ethik kritisiert Gemistus, Aristoteles habe der Lust einen zu hohen Rang zugewiesen, statt sie wie Platon dem Streben nach dem Guten unterzuordnen. Er bekämpft auch die aristotelische Mesutslehre, wonach die Tugend ein mittleres zwischen zwei Extremen darstellt. Dagegen wendet er ein, dass eine solche Definition die Tugend quantitativ und nicht nach ihrer eigenen Qualität bestimme. Besonders nachdrücklich wendet sich Gemistus gegen die aristotelische Metaphysik, welche zufällige, regellose Ereignisse annimmt. Er tritt für den Determinismus ein und meint, dass alles, was geschieht, eine Ursache hat und sich mit Notwendigkeit vollzieht. Die Gegenposition vertrat auch auf diesem Gebiet Gennadios II. Scholarios, der eine Schrift zur Verteidigung des Aristoteles verfasste. Darauf reagierte Gemistus mit einer polemischen Gegenschrift. In Italien fand Gemistus Aristoteles Kritik nach der Beendigung des Konzils relativ wenig Resonanz. Seine Kampfschrift wurde im 15. Jahrhundert nicht ins Lateinische übersetzt und erst 1540 in Venedig gedruckt. Ausgaben Enrico V. Maltis Georgii Gemistii Pletonis Contra Scholarii Pro Aristotele Objections Teubner, Leipzig 1988 ISBN 3-322-004-6-0-0 Enrico V. Maltis Georgii Gemistii Pletonis Apuscula di Historia Grece Teubner, Leipzig 1989 ISBN 3-322-006-7-4-3 Brigitte Tanbron-Krasker Magicale Gietton Apuzoro Astorumagon Georges Gemistu Pletonos Exegesis Eist-Aauta-Legier Oracles Childeic Recension D. Georges Gemiste Pleton Vrin Paris U. A. 1995 ISBN 2-7116-983-2-7 Shari Holges comunуска fi Vi Vi Vielen Dank.